Hey, ich bin's Roman von den Lochis und wie ihr hört bin ich vielleicht schon etwas heiser, denn wir hatten gestern die Aufnahmen zu unserer neuen Parodie und zwar zu Hangover von Tayo Cruz und da ging es ordentlich zur Sache. Eigentlich wollten wir gestern auch noch das Video drehen, aber es haben wir leider nicht geschafft, weil das Wetter überhaupt nicht mitspielte. Es hat einen Ström geringen bei uns, es war richtig windig und daher konnten wir es nicht drehen, weil wir es auch draußen drehen wollten und deswegen werden wir es wahrscheinlich erst am Wochenende hochladen auf YouTube und weil wir trotzdem im Umblick ein Video machen wollten, spreche ich jetzt einfach so ein paar Sachen an und gebe da mal einen Kommentar dazu. Ja, Weihnachten stand schon gerade da. Es ist Weihnachtszeit. Ich persönlich bin eigentlich schon in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Ich denke mal schon. Ich persönlich natürlich, besonders auf die vielen Geschenke. Ja, postet es einfach in die Kommentare. Ja. Ja, wir haben ein neues Channel Design und zwar auf unserem YouTube-Kanal. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Nicht nur YouTube hat das Design verändert, sondern auch unser Channel. Also zumindest, besonders das Hintergrundbild. Ihr könnt euch das mal angucken. Da wird jetzt ein Link sein, irgendwo. Da könnt ihr draufklicken, dann werdet ihr zu unserem Channel weitergeleitet. Da seht ihr das neue, coole Hintergrundbild. Ja, ein neues Stativ, beziehungsweise ein erstes Stativ für unsere Kamera gibt es jetzt. Ich habe es vor ein paar Tagen schon in Facebook angekündigt und jetzt offiziell. Wir bekommen ein Stativ. Wir haben es gestern auf Amazon bestellt und es wird im Laufe der Woche ankommen. Vielleicht werden wir es ja schon für unser neues Video benutzen. Mal sehen. Dann noch ein Thema und zwar die Abonnenten. Denn wir haben jetzt innerhalb von circa zwei Monaten schon über 500 Abonnenten. Und das finden wir einfach spitze. Ein riesen Dank an euch. Das ist einfach klasse. Und nicht nur 500 Abonnenten, sondern auch über 500.000 Gesamtaufrufe. Das ist auch geil. Und ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Deswegen ein riesen Dankeschön an euch da draußen. Danke.